Ja, was zeigt los? Sowas findet man nur durch Zufall. Aha. Oh, Mann. Gutes Versteck. Gutes Versteck, muss ich echt sagen. Das war nicht schlecht von dir. Ah, die Leitern sind blöde. Geht's Leben? Was heißt eventuell, dass was auf mich zukommt? Ganz bestimmt fallen die Gölge runter. Wie bin ich nur darauf gekommen? Mann, was hat denn der für ein Dauerfeuer? Und wieso treffe ich den? Da. Da ist ne Glocke, vielleicht kommen dann wieder meine Freunde. Na, jetzt wissen nur die Gegner, dass sie hier sind. Aber das wissen sie ja sowieso. Ist das ein Gegner? Ne, sieht nur so aus. Da ist nichts. Mal schauen, was wir hier alles verpassen. Würden, wenn wir nicht so fleißig sind. Haha. Ah. Diese Gegner hat nur für was. Rat. Einfach mal so zum testen Ja, war klar Für die Tür sind wir uns zu gut, wir nehmen das Fenster Hm, das wollte ich nicht Oh Mann Punkt Können wir uns da jetzt auch dran schneiden? Aber wenn ich das ausprobiert sterbe ich bestimmt wieder, dann habe ich keine Lust drauf Ich bin weg, ich bin weg Ich bin weg, ich bin weg Ich bin weg Nein Den fällt nicht mal ein. Hm, schade. Das geht nicht kaputt. Was haben wir hier? Einen Gegner. Ah, hier geht's weiter. Dann will ich noch kurz auf der anderen Seite oben gucken. Ob da noch was ist. Ach, ich dachte, die wäre schon. Noch nicht. Hier oben braucht man kein Licht. Aber Munition. Okay. Weiter geht's. Let's go. Komm on, we can take him! Ah. 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 Achja, mit dem Messer ziedeln ist ziemlich scheiße. Da ist nichts. Unten ist keiner. Wundervoll. Die gehen nicht kaputt. Die einzigen Fenstel nicht kaputt gehen. Ich bin kein Poets! Ich bin kein Problem! Wenn ich versuchen würde, da Dynamit runterzuschmeißen, würde ich das bestimmt hier oben liegen bleiben. Deswegen probiere ich das gar nicht erst. Ich hasse Hüte Ah Oh man, da sitzt es doch genau Yeah, Mission geschafft Juhu Mal was trinken Trigger Twins Hey Leonard Brothers Saludos Oh, looky-loo-kley It's the mighty El Tejon Guns a-blazin' He thinks he's a big, tough bounty killer now, Calvin I guess no one ever told him that killing was no way to make a living I don't know if I'm up for fighting you today, Tejon Why don't you come back some other time? You either fight me now Or I burn this place to the ground with you in sight Tell you what, Clay Once we kill him, Whisky's on me Well, see All I needed was a proper motivation Aha Aha, wieder ein Bosskampf Stecken wir uns erstmal hier drin Was war das? Kugeln haben wir zum Glück genug und Wirklich gut treffen kann er auch nicht Naja, bis jetzt Juhu, der erste wäre erledigt Der zweite kommt einfach hinterher Gibt's hier Leben drin? Natürlich nicht Jetzt können wir nur hoffen, dass wir schnell da sind Jawoll Ha! Auch wenn das jetzt nicht so schwierig war Aber okay War jetzt nicht so fordernd Ähm Dead Man Walking geht's weiter Dead Man Walking Oh, ich hab alles verloren Dabei hab ich noch Geis gewonnen Friedhof Friedhöfe sind ja immer Sehr schaurig Besonders wenn man nicht sieht Wo die Gegner sind Hat er grad Power Rangers gesagt? Go, go, Power Rangers Ah! Hä? Ich hab viel Spiel verstecken mit mir So toll ist das jetzt nicht Was ich hier zeige Ja, gehen wir mal in die Geruft Nicht den Hauptweg Verdammt Was die immer direkt nach dem Treffer So gut treffen Hä? Was find ich jetzt aber für'n Arsch von denen Bin schon wieder bei Tod Wieso kann der durch das Gitter durchschießen Und ich Nicht MAAAN Das find ich für'n Arsch Gut Für den da hinten unten So, jetzt hab ich keine Lust mehr Jetzt wird Jetzt wird platt gemacht Ohne Rücksicht auf Verluste Ohne Rücksicht auf Oh, eine Kirche Oder Kapelle Oder Oh, was auch immer Das Eder ist das gleiche Ja, ich glaub ich muss da rein Ja, ja Ich mein Ich mein Ich mein Musste da rein So genau Kann ich mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern Schon zu lange her Ich ja Ich mein ôm bis zum 等 Dun-dun-dun!